Leute, es ist soweit. Ich bin total happy. Mein Fahrzeug ist fertig, was wir die ganze Zeit nicht gesehen haben. Warum es mein Fahrzeug ist, kann man ganz einfach umklären. Als wir beim Notar waren und das Ding beglaubigen lassen haben, die Urkunden haben wir einfach irgendwelche Fahrzeugen, also es sind irgendwelche, haben wir eine der beiden Fahrzeugnummern jeweils auf die Urkunde mit meinem Untersuchungsnamen einfragen lassen. Und so hat es sich ergeben, dass das Fahrzeug, was die ganze Zeit noch nicht für uns wirklich sichtbar war, mein Fahrzeug ist, was jetzt hier steht und fertig zusammengebaut wird. Der Sitz fehlt noch und ja, so ein bisschen wird noch am Dachgepäckträger geschleist, aber ich bin total happy, weil heute mein Fahrzeug ist fertig. Es ist so cool, ich bin so happy, es ist total schön. Mein erstes eigenes Tuk-Tuk. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mal ein zweites haben werde, also mein eigenes Tuk-Tuk. Ich bin ganz verliebt, ich bin ganz glücklich, man sieht es mir glaube ich an. Ich bin ganz glücklich, aber ich bin ganz glücklich. Nachdem wir jetzt am Sphere-Card-Job waren, kamen wir jetzt zurück zur Werkstatt. Ich bin total froh, dass ich gerade nicht mehr fahren muss, weil ich halte es immer noch für ein Wunder, dass ich die erste Strecke so problemlos geschafft habe zu fahren, ohne mich zu blamieren. Bis auf einen Speedbound. Den ersten Mal habe ich mit ein bisschen mehr Tempo genommen, da kam ich ganz gut rüber. Beim zweiten hat Duden mich gebeten, noch ein bisschen langsamer drüber zu fahren. Daraufhin habe ich natürlich sofort mitten auf dem Speedbound das Tuk-Tuk abgewürgt und wurde dann drüber geschoben, weil ich es nicht mehr angekriegt habe, direkt mit der kleinen Steigung. Genau. Aber jetzt gucken wir mal, wie Duden sich schlägt und wie er sich hier durch den Stadtverkehr von Schönei schlängelt. Das war's. Ich muss ganz genau die Weg effective machen, aber... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben getauscht mit unseren Mechanikern, weil wir haben unseren Internationale Führerschein gerade gar nicht dabei, also wenn wir jetzt eine Polizeikontrolle hätten, hätten wir direkt kein Problem. Also das war nur jetzt, wir sind angekommen und die haben gesagt, die Fahrzeuge sind fertig, du sagst, saucool, auf die, die sind wir gar nicht gekommen, dass wir die quasi schon gleich fahren können. Die haben aber gleich gesagt, so, ja wir fahren gleich raus, ne? Die haben einfach mal gesagt, wir fahren, genau. Dann haben sie uns kritisch angeguckt, dann haben sie mich angeguckt, du willst fahren, haben sie gesagt, nein, sie fährt zuerst. Dann waren sie noch skeptischer, dann haben sie mich noch dreimal gefragt, zum Schluss waren sie aber total begeistert von ihren Fähigkeiten. Ja, ich glaube, wenn sie gefahren wäre, hätten sie sofort gesagt, ja, sie kann ruhig weiterfahren. Aber bei mir waren sie sehr begeistert, als ich sie gefragt habe, ob sie jetzt wieder übernehmen wollen beim Fahren. Ja, aber ich glaube, sie wären auch bei mir froh gewesen, wenn sie jetzt wieder übernehmen können. Aber ja, wir sind beide froh, dass wir in Sri Lanka schon üben konnten. Wir haben uns beide nicht planiert. Luden hast schon meinen ersten Ochsenpaaren überholt, ihr habt es im Video gesehen. Und ja, wir fahren jetzt zum Spareport-Shop. Wir waren eben gar nicht beim Spareport-Shop, wie ich dachte, sondern wir waren sozusagen beim Tailor. Ja, der hat hier das nette rote, seht ihr dieses knapp porno-rote Dach hier? Ja. Das hat der Tailor gemacht. Das hat wir uns reingemacht. Genau, wir haben ja noch ein bisschen mit der Familie vom Tailor geshaken, waren echt süße Nädel klar, die sich total gefreut haben, dass sie Europäer sehen und direkte Selfies mit uns gemacht haben, natürlich im Tuk-Tuk. Ja, was lässt sich ansonsten sagen, wir sind jetzt gespannt, wie das Squareport-Shop aussieht, was wir noch brauchen. Und ja, der Verkehr wird immer dichter. Ich bin ganz froh, dass wir doch nicht mehr fahren müssen. Also, macht's gut. So, für jede Tätigkeit gibt es ja hier extra irgendjemanden, der das gelernt hat und beruflich macht. Genauso ist das auch für das Einsetzen des Fensters. Deswegen fahren wir jetzt extra zu einem, der ausschließlich Fenster einsetzt für Tuk-Tuks. Tuck-Tuks. Das ist eine große Herausforderung. Das ist ein Wiener. Das Chaos hört mich auf, nachdem sie in Dunenstuck-Tuck Löcher gebohrt hatten, weil sie den Dachgepäckträger falsch festgemacht haben, haben das jetzt geschafft beim Nachschweißen des Dachgepäckträgers, der auf meinem Tuck-Tuck schon drauf war, beim Schweißen Löcher einzumachen. Also muss das Dach jetzt nochmal aufgetauscht werden. Wir sind echt schwierige Kunden. Wir sind schwierige Kunden? Wir machen es ihnen nicht ganz leicht, weil wir alles richtig haben wollen und keine Löcher im Dach. Wir fahren jetzt in die Werkstatt und gucken uns Dunens-Tuck-Tuck an. Was hoffen wir, keine Löcher im Dach? Aber ich glaube, so kriegt der Werkstattleiter ein Nervenbuch. Und wir auch, weil wir wollen nämlich eigentlich morgen los. Eine Sache muss man den Indern ja lassen, sie sind kreativ. Nachdem eines von den meinen Tuck-Tucks vorne nur eine Abdeckung hatte, haben sie bei dem anderen die Abdeckung einfach abgemacht. So, dass es jetzt aussieht, als hätten von Anfang an beide Fahrzeuge keine Abdeckung. Ich zeig euch mal, was sie machen. Also es geht in dieses kleine Fach da, was ihr gesehen habt. Was ziemlich praktisch ist, wenn man die eigentlich abschließen kann. Und wie gesagt, ein Fahrzeug hatte da bisher auch noch eine Klappe auf beiden Seiten. Und jetzt sind beide Fahrzeuge jeweils nur auf einer Seite eine Klappe. Jetzt sind wir natürlich wieder die Boom-Männer, weil wir sagen, wir wollen da wieder Klappen haben. Alles nicht so einfach. Die Jungs hier in der Werkstatt machen einen super Job. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie froh sind, wenn wir mit unseren Fahrzeugen abfahren. Weil wir doch immer wieder Dinge zu bemängeln haben, weil sie einfach nicht in Ordnung sind. So wie jetzt eben auch in meinem Dach mit dem Schweizer wieder ein Loch reingebrannt wurde. Und ich möchte natürlich nicht mit einem Loch 15.000 Kilometer bis Deutschland reingebrannt. Mal schauen, was noch kommt. Da das Dach jetzt ausgetauscht werden muss und heute Feiertag ist, weil Pongalltag ist. Immer noch Pongall-Festival. Es ist durchaus möglich, dass wir doch nicht morgen den Plan losfahren können, sondern erst am Donnerstag. Einfach deswegen, weil wir eben beim Tailor waren. Dessen Aufgabe ist es, das Dach auszutauschen. Und auch in der Nähe dieses wunderschöne pornösrote Innenleder in die Fahrzeuge zu machen. Und ja, der Tailor hat zu. Klar, ist Feiertag. Würde ich auch nicht arbeiten wollen. Ist auch für uns jetzt ein bisschen blöd, weil es ist wieder ein Tag länger, den wir im Elements Hostel verbringen. Das ist ein tolles Hostel. Ich habe es euch gefilmt. Nichtsdestotrotz wollten wir eigentlich seit einer Woche auf der Straße sein. Und das ist einfach gerade ein bisschen anstrengend. Genau. Ich zeige euch jetzt nochmal beide Fahrzeuge. Sie sind tatsächlich das allererste Mal beide, so gut wie fertig, in der Werkstatt. Von daher, ja, noch einen kleinen Clip zu den Fahrzeugen. Und dann verabschieden wir uns. Und ich hoffe, das nächste Video zum Thema Fahrzeuge wird der Start-Insertur sein. Na, der steht. Also geht's nicht so gut... Ok? So, jetzt geht's dann ... ... Der Titelword. Ok. Und die bleibt jetzt ist irgendwie ... Das ist dann die restпол wrap her. Das ist dann ... Dies neun? Das ist fast content. Okay. Watching. Ah? ferrin. Ah! Okay.